Joachim Witt, sein goldener Reiter, der stürmte die Charts, erwandene Jungsfeller. Es war kein Erfolg aus dem Nichts. Mit 16 hatte er seine erste Band, nachdem Abi Fotograf gelernt, später eine Schauspielausbildung. Nach der neuen deutschen Welle wird es ruhiger im Witt, bis auf immer mal ein Wiederhören mit, na welchen Titel wohl? Umso fulminanter das Comeback. Der völlig verwandelte Witt ist alles andere als eine verblassene Pop-Ikone. Er war der goldene Reiter 1981, als deutscher Pop komplett neu erfunden wurde. Doch dann stürzte er ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I remember the Palazzo. Rush 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Palazzo forever 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 Palazzo Palazzo forever Palazzo forever Palazzo forever Palazzo forever Palazzo forever Palazzo forever Palazzo Palazzo forever Palazzo forever Palazzo 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 Palazzo